wunderbar ich muss ja weiter raus aber wir können hier auf jeden fall schon man brunnen hinbauen da stehen laterne kann man eine laterne da abreißen ich will auch ein wasserbecken im bau so ein schöner kleiner wasserbecken in reis ab dankeschön so jetzt kannst du wieder aufbauen jetzt kannst du wieder aufbauen theater dann könnte man auch hier das theater so dahin bauen würde ja funktionieren wenn man so da rein bauen oder aber kürschturm könnten wir welche bestellen glockenturm 12.000 wenn ich drei stück erst mal bestelle dann habe ich die schon mal dann habe ich die schmerz so dass das das 38 freie arbeit habe ich ja moin das wollte ich neu anordnen hier ne wo da geht einer rein die wollte ich auch neu bauen mit den ganzen schild von alles damit immer alle hier kann ich nicht hier unten irgendwo hinsetzen mit dem schild kann ich die hier nur irgendwo hinsetzen kann ich die hier nur irgendwo hinsetzen kräuter 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 gärten kräuter gärten und vogelscheuche fünf stück habe ich da stehen und die sind wie groß sind die denn ist ja gärtnereien ja gärtnerei wo habe ich denn ihre gärtnerei fünf mal sieben fünf mal sieben 123 die würden hier rein passen hätte ich die mich auch alle hier schön in der ecke könnte dann schön es geht nämlich genau bis da zur mitte wunderbar das ist doch geben ja könnte ich mich den nächsten hier oben irgendwo hinbauen wasser gibt mir mal wasser so da ist das da ist das theater das ist das badehaus badehaus fehlt ja auch noch stimmt ein badehaus brauche ich ja auch noch stimmt ja ein badehaus ich das dann hier hin baue da kommt ein querblock rein ne so so dann könntest du noch einen block nehmen aber dann könntest du den block nehmen um da badehausen alles rein zu bauen passt das dann da rein nö so könnte es das badehaus auch da oben rein setzen so hause so zwei blöcke jetzt wenn du jetzt hingehst badehaus hier hin so marito willkommen da das badehaus hin dann dahinter das theater was natürlich nicht passt da da ich muss den die muss ich da rein kriegen wenn ich den da rein setze wir machen das anders wir machen das anders wir reißen das haus ab wir reißen das badehaus ab dann setzen wir den zaun hier nochmal um was schon das haus haben sie aber schnell abgerissen da waren sie aber flink leck mich fett dann reißen wir die straße hier raus so dann setzen wir das theater genau auf die kopfseite vom marktplatz so bauen da hinter das badehaus das müsste nämlich jetzt passen weil es eine breite hat so sehr schön guckt mal und dann gehen wir hin nehmen unsere zäune wieder unsere kleinen schönen marmutzäune wo sind sie ja das passt so gehen dahin dann nehmen wir uns die lange einmal so ja das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus und dann gehen wir hin haben wir noch zwei wunderschöne skulpturen schön ja dann kommt jetzt ein schöner boden und drumherum da passt nicht ja so muss er genau so theater ist fertig bekommst du auch das dahinter ist eine badehaus fackeln könnte man auch hier laternen laternen haben wir hier irgendwelche schönen laternen da ist eine fackel da geht die dahin bauen wir die dahin das sieht doch gut aus das sieht doch richtig gut aus badehaus ist auch fertig sei von alles rein dann bauen wir wo sind meine steine da die fläche hier noch fragt zu dann können wir nämlich darauf noch bänke stellen dekorative gebäude pflanzen ich will bänke ich will keine pflanzen ich will bänke haben exotische pflanzen kannibalen kaktus großer bürger ja du siehst gut aus du siehst gut aus dreiköpfiger bürger erbsenschießer seltsamer pils kannibalen kaktus ok frühlingszwiebel schaukelstuhl schaukelstuhl er ist ja geil nein ich will einfach nur eine bank einfach nur eine kleine bank wo die leute sich draufsetzen können und einfach mal sagen können leckt mich alle am arsch ich mache jetzt pause aber hier nicht ne und sagt ja mit eisenkiste halloween wagen bei denen hierhin war die falsche taste wenn man den jetzt quer stellen könnte kleiner weinesbaum ja komm wir feiern weihnachten brauchen gesetzling für eine habe ich nicht habe ich nicht egal steht auf jeden fall schon mal du gehst auch bis dahin das ist gut das theater geht nur bis da wo ist das andere theater da oben dann geht die bad du gehst ja nicht rein was ist denn wenn wir euch einen hund geben so es hat dann hundewelpen habt ihr hundewelpen mit im haus könnt euch schön aufregen die sind leer das ist sehr gut das ist auch noch leer das wort war abreißen die laufen so ich habe 43 freie mitarbeiter oder 43 freie bürger sagen wir es mal so das heißt ich könnte hingehen die kräuter plantage hier abreißen und dann unten auch komplett neu aufbauen damit dass man alles ein klein wenig kriege ich dich abgerissen ich glaube nicht ne ich glaube nicht die sitze die ecke hier die gefällt mir einmal gar nicht die gefällt mir einmal gar nicht da weiß ich auch noch nicht was ich da mache weiß ich auch noch nicht was ich da mache und wir brauchen auf jeden fall noch eine ecke wo wir eine ganze schilf anbauen können da kommt das handelsschiff genial wäre ja wo war das hier fluss begrabung den dem ist als nächstes nehmen wir den dann können wir nämlich hier den fluss einfach mal kappen hier die seite dann dann können wir nämlich da den ganzen schilf anbauen aber jetzt wird erstmal gehandelt was hast du denn guck mal ich biete dir fisch an ich biete dir salz ich biete dir kartoffeln ich biete dir tierscheiße ich biete dir tierfett 27.000 guck mal das ist doch das ist doch das ist doch eine schöne zahl körper haben wir keine körper 5 das stück bei 1000 werden das 5000 ne logischerweise so lederstiefel habe ich keine mehr leder habe ich werkzeug eisenwerkzeug wären 15.000 dann stahlwerkzeug habe ich noch nehmen wir 500 mehr habe ich auch lederstiefel wenn ich 500 wären bei 1000 werden 31.000 wenn es 17.000 ne 15.500 15.500 bei 500 stück ich bei 28.000 das heißt ich könnte davon 1000 gänsefleisch eselfleisch warum brauchen die bonbons brauchen die bonbons eigentlich nicht ne da kommt 200 200 bonbons kriegt er auch noch dann muss ich noch drauf zahlen 12.100 ne ne sehr schön danke fürs geschäft und auf wiedersehen mache gut ich weiß nicht was ich tiere hier machen ich kann euch nicht sagen was die tiere hier machen aber dann marktplatz da 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 hier kommt der nächste rein hier müsst ihr passgenau weil könnte ich eigentlich noch eine reihe rausgehen könnte ich eigentlich noch eine reihe rausgehen 13 dann hoch hier machen wir eine verbindung runter dann könnte man hier ein haus rein stellen aber ich weiß nicht ob wir das noch machen oder ob wir hier irgendwelche betriebe rein bauen wir könnten nämlich zum beispiel hingehen und zum beispiel noch mal paar marmeladenfabriken dahin bauen haben wir hier oben keine mehr ne 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 dann machen wir das doch verarbeitung lebensmittel lamelade guck mal baust da ein rhein dann bau sie und der passt nicht da noch ein ach die scheiß laterne abreißen reißt die laterne ab marito wie jedes hier ich kriege keine antworten das schaf läuft da die ganze zeit im kreis statt sich einfach zu den anderen blöck fischern auf ok ich habe 19 bürger die frieren holt euch doch eine daunenjacke ich habe daunenjacken für euch